ja herzlich willkommen zurück zu let's play portal 2 im koop modus mit dem zentro und dem night so ich muss jetzt hier aber wenn ich jetzt hier springen tut dann warte warte ach dann geht er kaputt ja genau nicht schlimm warte mal ich gucke gerade mal wo ich dir denn dann kann ich hier glaube ich zukommen lassen ja das will ich sehen warte mal bleibt mal da ich gucke gerade wie ich das machen kann warte bleibt da bleibt da das war der falsche ja ja lass ja lass fallen ganz genau ich hab noch mal drückt der geht ja kaputt gibt ihn mal zu mir hier hatte 1 und da hinten wo mein rotes ist jetzt gut gucke ich noch mal wie ich den dazukommen lassen kann wenn ich springe so meins muss dahin und dahin mach bitte erst mal einen sprung mach erstmal bitte so ich will einmal kurz gucken am besten mit ganzen anlauf okay so jetzt müsstest du eigentlich im endlos flug sein naja perfekt genau und jetzt wie willst du mir zukommen lassen das bin ich gerade immer überlegen dafür brauchen jetzt deine portale schätze ich mal genau dein portal da ein portal da und ein portal da würde ich mal sagen andere möglichkeit gibt es da muss ich jetzt heim so gut das heißt wir müssen jetzt gucken dass wir das da muss jetzt gleich auffangen lustig achtung das kannst du knicken wir müsstest du eigentlich von da aus kriegen oder nicht das kannst du voll knicken was wie weit abstand ist andere idee warte mal das ist gelb probier mal gute idee ja habe ich gesehen die fläche ja das ist perfekt warte mal wenn ich durch das violette also selbst das gelbe noch mal weiter mittig jetzt wenn ich wenn ich durch das hier rauskommen wo ich jetzt reingefallen bin und zurück jetzt und verpasst okay noch mehr warte wirst du jetzt eigentlich ja 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 komm zum papa fast ok aber du weißt wie es jetzt meinst du ich glaube ja ich habe es jetzt ich habe es jetzt mal ein ding rucksack ich habe es auch die wand an warte warte es ist das verdammte drehen jedes mal mit der maus und so ja na fast ich lass dich noch mal kurz hoppeln warte komm nicht ganz hin ne ich kann das portal auch nicht weiter umsetzen das ist das problem also es muss so passen wenn nicht können wir auch tauschen äh ja probier's noch ein paar mal das war jetzt scheiße das war absolut scheiße warte hä warte 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 jetzt ok tausch mal warte ja verdammt hauptsache ich bin drauf ok weil das jede wette das das würde ich auch ankotzen das glaube ich glaube ich das sieht doch nicht einfach aus du musst springen dann erstmal das gelbe unten genau und das andere rote musst du noch umsetzen ja spring so jetzt wünsche ich dir viel spaß jo was war jetzt musst du dein portal dahin ich warte das zweite äh zänkre da wo wir es gesetzt haben das ist falsch das ist für uns später zum rüber springen wir müssen das andere nehmen auf jeden fall da kommt eins da das geht doch nie und hier eins genau jetzt noch nicht äh jetzt aber moment das muss ich gucken das kommt da ja das passt schon eher warte ok warte jetzt jaja ne 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 ich time das schon wenn ich runterfalle wieder auf der anderen seite hier wenn ich hier runterfalle muss ich ihn auffangen die user juli hallo ich weiß nicht habe ich schon gesehen dankeschön das ist zu lang ist zu lang ok dann müssen wir es kürzer machen wir es später ja wenn ich jetzt hier runterfalle jetzt müsste er da sein ja ja musst du gucken wie du das timest was warte du kommst da jetzt hin das kannst du voll knicken lass da komm ich hin jetzt könnte ich ihn greifen du kannst knicken ey das musst du einfach nur richtig timen ich riechen hehehe drück jetzt mal Gips ihm ich richtig timelich timelich mal rückwärts hier wenn sie jetzt den Livefeed der auf Twitch oder so dass man grad mitgucken kann ja du kannst ja ja live machen was mache ich jetzt AAH GENAU wieso denn live ah verdammt hehehe das muss dann echt schnell gehen das ist einfach sogar das ist die einfachste Möglichkeit fällt mir grad mal so ein ja wieso haben wir da ne Gleiter ja also AAH verdammt ey also nochmal warte ich geh durch hehehe weißt du was mir jetzt als erstes angefallen ist wenn ich springe dass ich das Ding kriege weißt du dass ich das äh dass ich das Ding ja das machen wir auch warte mal ähm pass auf setz dein rotes mal dahin ne da fällt dir der Schwung ne das passt das passt ja dann so da und da genau ja dann krachschaube oben gegen das Ding und dann ist der Schwung weg ne den krieg ich ja wieder den krieg ich ja wieder weil du dein gelbes ja dann gleich wieder dahin setzt weil ich durch bin setzt du dein gelbes dann dahin hast du ein rotes da unten genau ja mach einfach das rote da unten genau aber ich hab schon dass wenn das jetzt so ist dann geht das kaputt ne 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 was schon ähm ich spring rüber ich spring durch wenn ich durch bin setzt du das gelbe nach da dann hab ich erst mal genau wieso das gelbe ach so ja ok hehehehe mach einfach du wirst gleich sehen wie willst du warte ab da springen hä ja ja warte ab ist ganz einfach ich soll jetzt hier das rote setzen das ok dann hast du jetzt hier erstmal unendlich genau genau das ist erstmal das entscheidende ja dann hau mal rein so so jetzt so jetzt unendlich jetzt willst du den kubus haben ne jetzt willst du das rote oder je nachdem was jetzt das gelbe jetzt rüber setzen je nachdem was natürlich passt ne ähm dann da drüben hin ähm jetzt muss ich mal ja ja ist völlig egal ob ich an die decke falle oder nicht und weiter ja das war jetzt vom timing das war das falsche portal ja ich hätte rot aber so in etwa können wir den kubus dann nicht sogar liegen lassen warte mal eigentlich schon wir können sogar vorbereiten ja warte jetzt nochmal ich kann den doch hier liegen lassen oder nicht an der ecke ah da kommt das geil achso du geschafft das plattform zack so jetzt komm ich zu dir so jetzt genau und jetzt mach ich hier moment jetzt gehst du wieder auf sprungstation ja moment wer hat überhaupt auf ich aufnahme ich habe aufnahme gut ich habe schon ich hab den wecker gedrückt hast du soweit alles vorbereitet ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit bist du auch bereit nein 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 das war knapp alter so jetzt müsste ich das ding noch eigentlich kriegen oder jetzt musst du richtig drücken jetzt musst du ja perfekt ich muss gar nichts machen Wie geil ist das denn? Alter, mann zu mir doof. Irgendwie passt das hier grad nicht. Naja, das ist immer, wenn du durchs Portal gehst. Nee, ich kann hier grad die... Ach doch, die sind schon tot, die Turns. Yep. Jetzt muss man springen, jetzt kommt zurück. Warte, 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 nix machen. Äh, äh, ja. Jetzt, Rot. Warte, Rot. Komm zu mir. Komm zu mir. Eine ganze Aufnahme mit so nem Test, ne? So, jetzt machen wir nämlich das Ding. Jetzt gehen wir beide hier rüber. Das ist geil. Setz du mal bitte deinen, äh... Genau, und da. Also ich geh mal hier und dann da. So einfach, ne? So, und ab geht die Post. Iiiiih! Oh! Ahahahahaha! Ja, das geht natürlich nicht. Müssen wir abwechselnd machen, wegen dem Ding. Okay, den geh du durch. Tschüss! Hä? Hä? Scheiße! Scheiße! Hahaha! Hahaha! Jetzt... Hahaha! Geh durch das Portal! Geh durch! Ich setze die Portale für dich! Achso! Ja, okay! Bitte! Du darfst! Du darfst! Du darfst! Du darfst! Du darfst! Iiiih! Jetzt musst du nämlich die Portale für mich setzen! Da wo meine jetzt saßen! Genau! Einmal da! Einmal da! Und los! Zack! Okay! Oh, leck! Ah! Mach keinen Scheiß, Alter! Hahaha! Habe schon! Oh, cool! Cool, cool! Gut! Dann würd ich sagen, komm, wir passen! Äh, wir haben noch Zeit! Wir haben noch Zeit! Ah, ich guck gerade! Also, es waren gerade noch über vier Minuten! Ja, wir machen noch mal weiter! Okay, zwei Minuten sinds jetzt noch! Ah, das passt trotzdem! Eine Aufnahme für einen ganzen Test, ey! Hahaha! Aber ich glaub, die Leute werden mitfebern! Hey, Alter! Wieso mach schon das und das? Wir können doch durch die Portale! Ja, 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 ja! Oh, Mann! Was? Ich hab' auch nicht für Tests! Taschenrechner! Doch, wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren! Wer weiß, vielleicht wird das nicht trainieren! Boah, das ist ja ultimativ, klar! Ja, echt göttlich! Ultimativ, wir dürfen subtrahieren und multiplizieren und, und... Hier, unendlich bitte einmal! Hä? Drücken, 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 drücken! Drücken, drücken, drücken! Okay, äh, warte, wir müssen auf jeden Fall hier... Nochmal drücken! Wir haben nicht genug! Kleister! Nochmal drücken! Und nochmal, und nochmal, und nochmal! Jetzt haben wir genug! Ja, von wegen! Lass mal! So, jetzt haben wir hier unendlich! Jetzt... Wo musst du hin? Ist die Frage! Jetzt haben wir gut! Was ist da hinten? Da ist nochmal Knöpfe! Kommt irgendwas raus! Oh! Zeitmäßig! Ah, okay! Einer muss hier die Knöpfe bedienen! Und da kommt der Kugus! Ach du Scheiße! Ähm... Ach du! Ja, das ist ja mal richtig mies, ne? Weil ich muss ja auch die Portale hier setzen, ne? Nebenbei auch noch! Wenn du hier mal in der Unendlichkeit unterwegs bist! Ja, von wegen! Das kurze Stück reicht doch! So! Da musst du jetzt machen! Warte, das... Nein! So! So! Sag mal! Das kurze Stück, das reicht vollkommen! Jede Wette! Du kommst da nicht rüber! Wenn ich jetzt... Drück mal, drück mal, dass die Plattform da rauskommt! Mach, spring mal so! Ich kann's dir von hier aus sagen! Ob's passt oder nicht! Ne! Reicht nicht! Ne! Das reicht nie im Leben! Die Plattform fängt da an! Du bist da rausgekommen! Also, geh mal rein! Äh... Okay! Wir müssen erst mal aufhören! Mach in der nächsten Folge dann hier weiter! Genau! Wenn's wieder heißt! Am Ende der Unendlichkeit! Wenn Senke wieder gegen die Wand läuft! Also, macht's gut! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Heute ist nicht alle Tage! Ich komm wieder! Keine Frage!